Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Mufia Rise of the Cinesbids. Wir befinden uns immer noch im Königreich Danubia. Wo beim letzten Mal der Feuerrubin gesporen wurde, der als Geschenk von diesem netten Prinzen Leon, als Geschenk vom Königreich Auralio an das Königreich Danubia überbracht werden sollte. Aber bevor das geschah, wurde der Rubin von Unbekannten gestohlen. Daraufhin sind Maxim und die Gruppe zurück nach Clamento gereist. Zu einem alten Freund, Jafar den Glasmacher. Und der hat uns eine Imitation von diesem Feuerrubin erstellt. Denn dieser hat uns erzählt, dass sein damaliger Meister diesen Feuerrubin höchst per se selber hergestellt hat. Deswegen hatte dieser diesen Feuerrubin noch sehr gute Erinnerung und hat praktisch jetzt eine Kopie aus Glas erstellt. Und diesen wollen wir jetzt den guten Leon übergeben. Mal schauen, was er dazu sagt. Ich möchte dir dies hier geben. Das ist... Wie hast du das bloß geschafft? Es scheint zu klappen, Maxim. Nun, da wir den Rubin wieder haben, wird alles gut werden. Da bin ich mir ganz sicher. Aber dass Sie sich jetzt gar nicht fragen, wo wir den Rubin eigentlich her haben, naja? Nein, das wird nicht funktionieren. Hast du das bemerkt? Ja, das scheint lediglich eine Imitation zu sein, oder nicht? An Imitation! Sieht ja aus wie der echte Feuerrubin. Aber nur auf den ersten Deck. Schau genau hin. Ihnen fehlt das Feuer des echten Rubin. Es tut mir leid, dass ich gedacht habe, du würdest. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ich hoffe, die Zeremonie wird friedlich und erfolgreich ablaufen. Nimm bitte an der Zeremonie teil, doch Floral Yoshi sich gerettet. Ja, mal schauen, ob das funktioniert. Nehm bitte den Feuerrubin als Beweis unseres Willens, mit deinem Reich Frieden zu schließen. Das ist also der sanghafte Feuerrubin, der wirklich schöner Stein. Der Feuerrubin, endlich gehört er mir! Hä? Das war nicht der Feuerrubin? Was? Wenn Leon will zu mich beleidigen, denkst du wirklich, ich will das Spiel nicht durchschauen? Ich will keiner ausgehen hören. Wenn Danubia will... Oh, Entschuldigung. Wenn Danubia will, kann Sororio ganz schnell einnehmen. Kannst du die Prinzessin? Er will den Unsinn auf Mutter! Prinzessin's hier! Prinzessin ist mit dem echten Rubin in unser Land gekommen. Aber er wurde ihm geklaut. Wenn sich jemand dafür schämen muss, dann wir, Mutter. Meine Brüder, stimmt das, Blutin? Jeder hier im Schloss weiß darüber Bescheid. Nur du und Vater lassen nichts darüber. James, schick ihn zur Daten aus und lass uns jeder den Rubin suchen. James! Wo schmeckt der bloß? Jack ist schon seit einigen Tagen spurlos verschwunden, Majestät. Was ist das? Was zum Teufel ist da hin? Man sagt, einige Leute haben ihn nach Norden laufen sehen. Oh, das wird wohl dann die Hülle sein. Nach Norden? Was werden wir dort? Dort sind doch nur schreckliche Monster, Bestien und Dämonen. Ich weiß es weiß auch nicht, Majestät. Schickt auf von jemanden, der im Norden nach dem Rechten schauen soll. Ja, Majestät. Mein Gott, was geschieht nun? Ich will die Zeremonie nicht weiterführen, wenn der Feuerrubin nicht da ist. Puh! Entschuldigen bitte, Prinz Leon. Sie war nicht immer so. Ich weiß, dass es nicht Ihre Schuld ist. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Prinz Leon! Wir müssen den Feuerrubin unbedingt finden. Da führt kein Weg der Hand vorbei. Äh... Vater! Wenn die Königin erst einmal sauber ist, dann geht man dir besser aus dem Weg. Na... Scheint gerade nicht so gut geklappt zu haben mit diesen schönen Stückchen her. Ach, wie nett. Es dreht die Erde nach dem Feuerrubin um, wenn man ihn anspricht. Huh? Huh? Naja... Der Feuerrubin wurde gestorben. Ich kann nicht glauben, dass ausreichend uns das passieren musste. Ach, ich hab schon sowas in dieser Richtung ganz gut geahnt. Gut, wir sind also Richtung Norden aufgebrochen anscheinend. Und wir werden das gleiche tun, denke ich mal. Wir standen ja schon beim letzten Mal kurz vor dieser Bühne. Und ich denke mal, jetzt wird uns da auch Einlass gewährt. Der füllen wir mal. Ich glaube, das war auch gerade ein neuer Gegner-Type. Ich bin nicht gerade irre. Und... Ihr seid aber jedenfalls nicht neu. Deswegen geht man ganz auf den Speed. Und weiter geht's. Oh, langsam geht er hier auf die Nüsse, meine Freunde. Ja, dann kann ich gar nicht so viel sonst nur hinstecken. Oh, Junge, komm. Auch wenn du jetzt mal einen Donnerstamm ausgepackt hast, du vermolle. Na gut, die wir kämpfen jetzt mal eben. Medusa kennen wir schon, aber Rami noch nicht. Ich glaube, das war noch eher wirklich physisch angreifen. Schauen wir mal. Oh, jetzt kommt mein Nüsse doch wieder ein bisschen zurück. Na, meine Stimme ist übrigens immer noch nicht bei 100%. Muss ich wohl nicht dazu sagen. Ein Minnesang. Ich weiß nicht, was der verursacht. Auf jeden Fall schon mal Schaden und Seelen ist jetzt kurz vorm Trittieren. Ähm, das könnte in der Tat eng werden. Jo, aber gerade noch überlebt. Mit 5 KP. Yippie, ah jej. Ähm, du heilst dich mal sicherheitshalber. Und den Maximum Lexus gleich dazu. Zum Glück ist sie dann die schnellste. Und in Sachen Zaubern auch ganz gut dabei. Was ich vielleicht auch nochmal erwähnen kann. Bezüglich eines möglichen FIFA Let's Plays. Auch wenn das jetzt an dieser Stelle eigentlich überhaupt nicht passt. Und auch an eine Weiterführung von Skyrim. Ist sie momentan nicht so gut aus. Ich habe es auch schon mal in einem Kommentar erwähnt gehabt. Ich habe immer noch Probleme mit meiner TV-Karte. Strich, Strich. Die Software, die dazu gehört. Ich kann mittlerweile zwar, wie ihr es in Skyrim auch gesehen habt, ein 720p aufnehmen. Auch ohne Steckel, Ruckler und Systemabstürze. Allerdings wird mit dies weniger Qualität auf Dauer zu wenig sein. Ich habe es immerhin jetzt schon hinbekommen, auch in 720p aufnehmen zu können. Über die Software. Allerdings habe ich dort wieder das gleiche Problem, wie schon bei den ersten Parts in Skyrim. Und dass immer das Spiel bzw. das Bild mittendrin abstürzt. Und das kann eine gute Aufnahme auf Dauer einfach nicht gewährleisten. Und ich habe keine Lust darauf. Ihr habt wahrscheinlich keine Lust darauf, das dann zu schauen. Ich habe wirklich schon viele Stunden damit verbracht, dieses Problem, oder Lösungen für dieses Problem zu finden. Aber es ist jetzt immer noch erfolgslos. Und ich denke, es steht im Raum, dass ich das Skyrim-Projekt eventuell beenden werde. James ging dort hinein. Ich habe versucht, ihn zu starten. Doch er ließ sich nicht aufhalten. Also James ist auf jeden Fall schon mal hier. Entschuldigung, kurz wegen des Off-Topic. Wir werden jetzt hier natürlich mit Lu vier weiter machen. Und ganz unauffällig versteckt hinter einem Grasbüschel ist ein Schalter. Dort haben wir einen Krug. Was tun wir wohl damit? Erstmal greifen wir den Gegner an. Eine Krabbe. Neue Krabben. Ein Gaborst. Oder Gaborst. Mal schauen, was ihr drauf habt. Und ich muss nach dem Kampf mal heilen. Und ein kurzer Aufnahmestopp. So, und weiter geht es auch schon. Mit dem Kampf gehen die Gaborst, Gaborsten, keine Ahnung, wie die Merzweifeln heißt. Aber auch egal. Und ich glaube, die haben eine relativ hohe physische Verteidigung. Wobei, das geht ja doch noch. Das scheint ganz normal zu sein. Die können Aquata zaubern. Macht aber jetzt nicht so sorgungserregende Schadensverhältnisse. Das sollten wir auf jeden Fall noch hinbekommen. Seedan macht ganz gut Schaden mit ihrer Waffe. Dauerschlag. Und auch der macht gut Schaden. Und dann ist der Kampf vorbei. Gleich steigen die Stufe auf. Und wir heilen nochmal eben kurz durch. Aber nicht mit Seedan. Sondern mit Maxim wie üblich. Und dann darf man schon Schaden bekommen von denen. So, Krug stellen wir auf Schalter. Öffnen Tür. Wir können weiter gehen. Hier ist ein großer weiter Zeppich. Mit Gegnern. Und hier haben wir keinen Schalter. Okay, das nützt uns momentan so ziemlich gar nichts. Oder doch, dann können wir uns darüber hangeln. Wir könnten da unten rechts weiter. Wir könnten oben links laufen. Oder wir könnten auch hier laufen. Wir laufen hier doch erstmal hier hin. Hier geht es nämlich runter. Da sind Thun. Auf diesen Wege kommen wir dort aber nicht hin. Und diese Stelle hier sieht irgendwie ein bisschen brüchig aus. Aber, naja, das scheint einfach nur... Auf der anderen Seite sind genau solche gleichen Stellen. Genau wie hier. Gut, schau, schauen was wir hier haben. Eine Mumie. Die uns mit einem Überraschungsangriff überrascht. Oh. Bei Molle machen die doch ganz schön ordentlichen Schaden. Was können wir machen? Du greifst normal an den See. Dann hat er das Feuer schwer. Deswegen würdest du vielleicht sogar die Mille mit einem Schlag besiegen können. Flampflot. 1,5 mal stärker als normal. Das geht aber nicht auf alle Gegner. Schade. Sonst hätte ich das auch als 2 mal eine Tiebe nehmen können. Mal schauen. 320 sieht gut aus. Und sogar ein One-Hit wie vermutet. Mal schauen, wie der West sich legt. Oh, ganz ordentlich doch. Beide haben jetzt noch ungefähr 20 Kp oder sowas übrig. Und Molle verabschiedet sich für diesen Kampf. Und dann nochmal drauf gehauen. 707 Mittel seines Vollstreifers. Das sah doch mal schön aus. Im Gegengift noch bekommen. Und wieder einmal schnell geheilt. Warum will ich jedes Mal mit Seen anheilen? Keine Ahnung. Aber ist auch egal. Gehen wir weiter. Hier finden wir einen Schalter. Wow. Und gut, dass wir diesen Weg hier zuerst gegangen sind. So haben wir uns eine kleine Treppe gebaut. Dann gehen wir wieder nach oben. Und jetzt springen wir mal hier runter. Das war blöd. Weil wir erstmal den Schalter auf dieser Seite da aktivieren müssen. Dann können wir hier runter springen. Und ich hoffe, wir uns da rüber schwingen. Jo, das geht. Den lassen wir jetzt mal außen vor. Genau wie dich. Ich möchte mal ausnahmsweise versuchen den Dungeon relativ schnell zu absolvieren. Und sieh an. Sehr gut, dass wir so gelaufen sind. Jetzt können wir hier runter springen. Aber nicht genau auf die Hose bitte. Hopps. So, aber hier sind wir jetzt in einer Suckkasse. Eigentlich sind die Wüstenrosen. Die haben wir mal eben weg. Auch die müssten anfänglich auf Feuer sein. Deswegen kann ausnahmsweise mal eine Zorn-Eigenschaft verwendet werden. Oder soll sie dann einfach mal den Feuersturm anwenden. Machen wir das doch mal so. Wobei. Ne, ich werde ihn noch aufbewahren. Du kannst den Schlafthorn. Naja. Magierstaub, Panzer, Feuerhaufen. Du hast auch ein Feuerjuwel. Ach, schieten die die. Das geht auf alle. Das war jetzt ein bisschen doof. Aber Feuer ist auf jeden Fall effektiv. Und ich denke mal, das soll es dann auch für diese beiden gewesen sein. Zumindest für die mittleren. Jo. Und geil, macht den Rest. Oh, viele Erfahrungspunkte geben die jetzt aber auch nicht. So, wie kommen wir hier weiter? Unter den Graspischen ist nichts. Und hier können wir auf einmal nicht weiter. Da scheint doch irgendwas zu runter zu liegen. Tatsächlich. Ein Schalter. Der die Wand noch links. Donnert. Jetzt will ich aber erstmal wieder den Hinterhakel. Da ist wieder so ein komischer Schalter. Die Stadion in U2 sind verschwunden. Sehr schön. Ich sage bloß, ich bin jetzt wirklich wieder exakt richtig gelaufen. Ich kann es nur wieder betonen. Ich habe das Spiel nicht irgendwie vorgespielt. Und ich kann mich auch nicht so ganz exakt daran erinnern, wie man in jedem Dungeon zu laufen hat. Das ist dann wirklich reiner Zufall. Hier hin liegt. Das bringt nichts. Na komm. Den Schlankkopf besiegen wir doch mal eben nur vorbeigehen. Und vielleicht zeigt das schon aus, ne? Nicht ganz. Dann noch einmal nachgeholfen. Dankeschön. Die bringen auch kaum Erfahrungspunkte. Und auch hier ist wieder eine beruhigende Wand. Die müssen wir auch mit dem Hammer eigentlich zerstören können. Oder auch nicht. Dann müssen wir dann doch mit Bomben auf und zu mal arbeiten. Und ich glaube, die ist ein bisschen größer geworden. Und ist wieder ein bisschen größer geworden. Und jetzt ist der Durchgang frei. Talalalala. Und so kommen wir auf die zwei Kisten. Und hier ist noch ein Schalter. Die Glasbrücke ist in diesem Stockback... Eine Glasbrücke ist in diesem Stockback entstanden, okay? Erstmal holen wir uns einen Zaubertrank. Füllt MP auf. Und eine Sternfrucht. Für ein Kapselmonster zur Entwicklung von Nöten. Hier kommen wir jetzt wieder hoch. So, das scheint mir wirklich exakt richtig gelaufen zu sein. Dann gehen wir hier mal weiter. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts übersehen gehabt. Aber das werden wir da ansonsten noch früh genug erfahren. Hier geht es wieder runter. Dann nun U2. Ach, und da haben wir ein nettes Auge. Sobald wir in das Sichtfeld dieses Auge kommen, schließt sich die Tür. Wir können es auch nicht attackieren oder so. Ähm... So, ja genau. Wir müssen wieder richtig im Ausgang gehen, damit das Auge sich nicht wieder schließt. Ich denke, das sollte im machbaren Bereich sein, dieses Mini-Rätsel. So, was haben wir hier? Sind alle Schalter blau gefärbt. Ein neuer Weg sich hier erklärt. Okay. Einen haben wir ja schon aktiviert vorhin. Hier scheint der Zweite zu sein. Und wir haben ja vorher noch eine Glasbrücke in diesem Stockwerk gebaut. Das scheint diese hier zu sein. Jetzt kommen wir hier nämlich durch. Mir scheint wirklich... Oder ich scheint wirklich den perfekten Weg gelaufen zu sein. Mann, Mann, Mann. Mehr Glück als Verstand. Die beiden Kram nehmen wir auch mal eben mit. Sogar im Speed-1. Das scheint nicht ganz zu reichen. Wert ab. Jetzt müssen wir einen Schaden. Aber dafür Erfahrungspunke. Und mit einem Blick zur Uhr. Oh. So ein kleines Mini-Rätsel. Das wollen wir noch eben lösen. Ich glaube, das ist gar kein Rätsel. Jetzt lassen wir mal gleich Schalter befestigen. Na gut. An dieser Stelle mach ich mal wieder einen Cut. Und wie es in diesem Dungeon weiter geht, erfahren wir beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Let's Play Goofy-Rise of the Sinistries. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Und sagt bis zum nächsten Mal. Euer Kina. Ich bin drauf. Ich bin drauf. Bis zum nächsten Mal.